herzlich willkommen zur zweiten staffel von ganz oder gar nicht die hasseröder fragerunde bei uns heute zu gast zum zweiten mal bereits unser mittelfeldspieler daniel fadli grüß dich daniel servus zusammen wir starten gleich mal ganz locker rein mit ein paar entweder oder fragen leonberg oder reutling ganz klar leonberg weil ich da aufgewachsen bin geboren bin und mit der stadt verbinde ich einiges habe gute erinnerungen deswegen würde ich mich für leonberg entscheiden leonberg oder allen auch schwere entscheidung allen habe ich natürlich viele sportliche erfahrungen gemacht war auch ein wichtiger wichtiger schritt für mich sportlich aber würde mich auch in dem fall für leonberg entscheiden dann die entscheidende frage leonberg oder magdeburg tatsächlich tatsächlich magdeburg muss ich jetzt sagen nee ehrlich weil magdeburg für mich jetzt auch sportlich ein sprungbrett war oder ist aktuell und natürlich eine riesen chance für mich auf dem niveau spielen zu dürfen und jemand meinen traum sage ich mal leben zu dürfen dazu passt die nächste frage der wechsel zum fcm war für mich war für mich ja ein großer erfolg für meine karriere oder in meiner kehre und ja habe mir so meinen traum quasi erfüllen dürfen mein zweitliga debüt war für mich einzigartig ein unvergessliches erlebnis eine erfahrung die ich auf jeden fall ja nie vergessen werde und ja sehr aufregend wie oft musst du dich kneifen wenn du an die vergangenen monate an die vielen erlebnisse zurückdenkst ziemlich oft alles noch tatsächlich bis zu diesem moment sehr unglaubwürdig alles was passiert ist aber umso schöner dass ich die möglichkeit habe um das leben zu dürfen dein bisher größter erfolg ein bisher größter erfolg ist auf jeden fall ja der schritt hierher in meiner karriere dass ich jetzt zweite liga spielen darf bei einem großen traditionsverein die zweite bundesliga ist ist eine sehr anspruchsvolle liga mit sehr körperlichen physisch starken spielern aber auch auf einem fußballerisch sehr hohen niveau jetzt eine etwas knifflige frage ich bin torjäger weil weil ich mittlerweile drei tore geschossen habe ja keine ahnung ist gerade weiß ich nicht habe vielleicht ein bisschen lauf aber ja ist auch ein bisschen glück das dazu kommt ein paar persönliche eindrücke dein deine gedanken beim debüt für die libysche nationalmannschaft gedanken voller stolz würde ich sagen oder ein spielvoller stolz für ein land zu spielen land zu repräsentieren mit dem ich verbunden bin und ja war auf jeden fall eine großartige erfahrung großes erlebnis für mich dein bisher bester gegenspieler tatsächlich philipp kostic würde ich sagen zwar für mich auf einer undankbaren position aber muss zugeben der war schon schon ziemlich gut dein bisher bester gegenspieler im training da gibt es einige muss ich sagen auf auf verschiedene art und weisen wird auf jeden fall barisch artig dazu zählen kleinwendig dribbels stark da ein bisher unangenehmster gegenspieler bei uns in magdeburg oder ja würde ich sagen moell anguri der ist immer sehr bissig sehr sehr aggressiv im zweikampf und bei eins gegen eins duellen sehr unangenehm beim fcm habe ich verlängert weil weil ich hier unglaublich glücklich bin ich fühle mich sehr wohl in der stadt und im verein wurde hier von anfang sehr gut aufgenommen und merke wie ich mich sportlich weiterentwickeln kann deswegen ist für mich ja so eine verlängerung war für mich ja völlig klar und abschließend meine ziele mit dem fcm ziele jetzt kurzfristig erstmal die klasse zu halten ganz wichtig und dann in naher zukunft auf jeden fall in der nächsten sonne eine größere rolle zu spielen der zweiten liga und uns da auf jeden fall zu festigen das war's schon ich danke dir vielmals daniel und schön dass du bei uns bleibt dankeschön